Willkommen zurück bei The Forest, bei unserer langweiligsten Tour ever, finde ich. Ja. Willkommen zurück. Och geil, warum spawnen die ganze Zeit Rebe neben mir? Was ist das? Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Komm schon, ich will das Vögelchen haben. Ach, shit. Ich hab hier mehr... Ja, vielleicht, ich hab noch bisschen Hoffnung. Dass jetzt so was kommt, ne? Jetzt so, vielleicht. Jetzt, wo wir schon ein bisschen mehr in die Map reingehen. Da wär ne Insel. Ich geh auf die Insel. Auf welche Insel? Ach, die Insel. Ja, geh mal da drauf. Sag mir, ob da was ist oder nicht. Ich mach mir jetzt wieder L hier, damit ihr was seht. Bisschen wenigstens. Eigentlich hätten wir mal schlafen können. Weil im Dunkeln, glaub ich, ist auch schon die Zuschauer ein bisschen kacke. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus bei mir auf Youtube. Oh je, hier kann man was wegsprengen, oh mein Gott. Ich hab mich jetzt schwer gewundert. Wieso, hier wärs auch ein guter Platz irgendwie für sowas verstecktes. Voll kacke grad hier, da ist irgendwie der Strand zu Ende, ne? Ist hier wirklich gar nichts auf dieser beschissenen Insel, oder? Ja, ich bin drüben. Ja, geil. Na gut, dann schwimm ich halt wieder rüber. Auf die kleinen Inseln hätten's eigentlich was draufpappen können, naja. Ja, zum Beispiel so ein Versteck, oder was weiß ich, oder... Weißt du, was wie das Segelschiff, so ne große... Großes Ding, weißt du, was man so sagt, hey da hinten ist was, weißt du, du willst ja unbedingt hinrennen. Oder sowas wie Cockpit, weißt du, was du gefunden hast, so... Ja. Sowas hätten's ein bisschen mehr einbauen können, solche... Gut, es ist noch die Alpha, muss man sagen. Ja, das stimmt auch. Da werden wahrscheinlich noch einige Sachen dazukommen. Ja, ich hoff's. Weil grad ist die Inseln ein bisschen fahrrad. Weil ich hab ja vor kurzem gelesen, bei einem Update haben sie ja geschrieben, dass einige Story-Elemente hinzugefügt haben. Komplett auf der Karte. Da war ja mal was. Na ja. Wollen wir mal kurz ein Lagerfeuer machen? Ich hab echt Hunger. Ja, ich hab dir eine gute Idee. Ach ja... Äh, wo bist du? Lol. Was? Das war knapp. Ja, du musstest du ein bisschen rüberjumpen. Ja, ich hab aber grad keine Ausdauer mehr, da gab es sowas knapp. So, R und ich hau... Rehfleisch drauf, weil ich so viel Rehfleisch hab. Ich hau zweimal Rehfleisch drauf. Ich hau ein Luch drauf. Luch, Luch, Luch. Du bist ein Idiot. Es tut mir so leid. Wieso hast du das kaputt gemacht? Ich hab nicht... Aua, lass das. Toll, des Fleisches ist umsonst drauf. Ne, ich kann's essen. Juhu. Ah, ich kann's auch essen. Trinkt halt jetzt nicht so viel. Deswegen hab ich mir zwei drauf gehauen. Ich hab auch gegessen. Echt? Gleichzeitig. Ja. Wieso hast du drauf gehauen, Tugo? Ähm... Ich weiß nicht. Ich wollte das Fleisch aufspießen, aber... Boah, jetzt dachte ich das nen Höhleneingang, Mann. Ja, ich auch. Ich hab mich auch hingegangen, Mann. Mann. Mann, ich will irgendwas. Es ist so langweilig. Wieso, wenn ich... Ich geh jetzt nicht weiter. Na, du musst mal hochkommen. Hallo, ich spiel und ich hab lange Weile. Ich möchte gar nicht wissen, wie es jetzt für euch ist. Ja, wahrscheinlich haben wir hier schon gar keine Zuschauer mehr. Ja. Ha, du hast dich verirrt. Hallo. Was ist hier das? Na klar. Ich freu mich grad richtig wieder auf unser Zuhause. Das ist wieder so ein Moment, wo ich denk, ich will ne Hause bauen. Oh, hey, wir haben ne Hütte. Wenigstens etwas. Yeah. Vielleicht können wir da was wegspringen. Ja, ich hab's mir auch grad gedacht. Hi, hier ist ein Zwiedring. Bären. Tue ich gleich mal ein. Hey, hier sind schon wieder so zwei Dinger. Also das sind doch von den Eingeborenen anscheinend. Seil, Seil, Seil. Yay. Die Schneeschuhe haben wir jetzt irgendwie überhaupt nicht gebraucht, ne. Die sind so da sinnlos. Es hat geheißen, dass man schneller im Schnee ist. Aber wir waren ja normal schnell irgendwie, ne. Weil nicht so, dass wir umkrutscht sind oder so. Mann, es sind hier viele Bären. Einfach mal eins zackeln hier. Hä, es sind hier aber weiße Bären. Die hab ich ja noch nie gesehen. Ist ja cool. Ja, ja, weiße Bären. Überall weiße Bären. Hä, jetzt verschwunden so wieder die weißen Bären. Oh, ganz viele Robes hier. Snow. Ah, geil. Also die, die finden wir glaub ich nicht bei uns. Wenigstens etwas, was ich ein bisschen was gelohnt habe. Doch, das sind die Snowberry. Ja gut, Snowberries finden sie schon so anders. Die finden wir nicht bei uns. Hallo? Hier ist ein Zwischtennisband. Das sind schon wieder die mit den Tierknochenschädeldingen, ne. Seh ich. Also das ist vielleicht doch von den Eingeborenen. Es scheint wohl so. Oh mein Gott. Also das cool gewesen wäre, in der Hütte wenigstens noch dieses Wegspringen-Teil. Ja, das wär cool, ja. In irgendeiner Hütte ist es ja. Sag mal. Ich bin grad voll verarscht. Ich seh von Weitem immer so, ich seh von Weitem so einen Busch, ne. Mit haufenweise weißen Punkten drauf. Renne ich hin und es ist weg. Ja, ich auch. Ich auch. Das war voll bei mir auch grad. Ach, das sind blaue. Das sind Twin-Dinge. Ach, die tue ich wieder bei meiner Dingerin. Was ist das? Das sind wieder Twin-Burries. Schade. Naja. Oh, wir haben wieder so ein kleines Ding. Wenigstens noch ganz klein. Ach ne, wahrscheinlich waren wir hier schon mal. Was? Wo? Hier kann man weg. Alter, du läufst einfach voll da vorbei, ey. Hast du die Bombe? Was? 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 Wie geil. Wie geil. Wie geil ist das denn? Alter, du läufst echt vorbei. Sorry, ich hab dich echt nicht gesehen. Äh, warte, ich muss mal schon die Bombe kraften. Ich hab schon eine. Oh. Warte, ich lauf mal wieder weg. Oh, voll geil. Ja, die ganzen Bäume erstmal. Oh. So geil. So nice. So, was haben wir diesmal? Ah, jetzt haben wir den Lauf. Part 1 haben wir jetzt. Ah, okay. Warte, ich setz mal zusammen. Wie steht's denn aus? Ach so. Okay. Sag mal, aber wir waren hier schonmal, glaub ich. Hier waren wir schonmal. Bis hierher. Weil ich kann mich erinnern, wo wir hier runtergegangen sind, glaub ich. Ja. Ganz am Anfang. In der ersten Folge. Ja. Ich glaub's auch. Also wir waren echt in der Nähe von Zoom-Dinge. Ja. Nett. Doch, hier waren wir schonmal, ja. Aber hey, jetzt haben wir auf unserem Weg schonmal zwei, äh, Pistolen... Ja, das ist doch schon ein bisschen, ne? Irgendwas gefunden, ne? Warte, das ist ein Reh. Ach, wenn du das Licht hast, das nervt voll. Scheiße. Weil da geht's ja nicht weiter, dann links, ne? Ach, da ist nochmal zwei Reh. Ja, aber da... Der... Der meine zielt grad nicht. Jetzt geht's. Oh! Schon an dem Motz. Oh, ja, ich hab's. Gott sei Dank. So, noch ein Speere. Alter. Reh, du bist so am Arsch. Oh, du konntest nicht mehr weg. Oh, du blödes Kackdreh. Du blödes Kackdreh. Du blödes Kackdreh. Yay. Yay. Alter, voll Schaden um die Baumstämme. Ich weiß schon, wie ich ab sofort eigentlich hier... Ist da wieder das Shroop drin? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist das unser erstes Shroop? Hast du es gesagt? Aha. Und ich kann's mitnehmen. Komm, Erinnerungen wieder hoch, Mann. Warte, eins, zwei, drei hast du gesagt, ne? Ne, warte. Wie war das? Ach, jetzt hab ich kein... Ah, ne, warte. War das jetzt Tier oder Hasenfell? Für die Schneeschuhe? Das war jetzt... Hase, glaub ich. Oder Tier. Ne, ich glaub... Ne, da braucht man überhaupt nichts. Da braucht man zwei Seile und drei Sticks, oder was? Fünf Sticks, irgendwas. Ah, ja. Ja, ich hab's mir jetzt einfach auch gecraftet. Damit ich sub, damit mein Fell so voll aussieht. Ach, ja, ich versteh's. So. So, ja, dann, ähm... Dann sind wir wieder hier. Ja. Aber ich... Hier... Hier sind wir nicht lange laufen, weil hier ging's ja nicht runter, ne? Da würde ich jetzt auch gerne mal kurz lang laufen. Ja, hier ging's ja nicht weiter, glaub ich. Ich würde einfach gerne mal hier lang laufen. Ich würde einfach aus Prinzip... Ey, ich hab schon wieder Durst. Aber Hunger nicht. Hunger nicht. Aber Durst hab ich auch. Ja, warte. Ich hab ja meine Wasserflasche dabei. Trinken würde ich mal was. Und? Siehst du? Ich hab ein bisschen Angst vor Haien, weil es soll ja auch Haie geben. Ja. Stimmt. Komm schon, Alter, das ist doch ganz schön weit. Das sieht gar nicht so weit aus, eigentlich. Boah, ich hab echt Angst grad. Alter, wenn mich... Ich hab das Gefühl, wenn ich dann mal unter Wasser kurz... ...mit davon bekommst, so'n Hai dahergeschoben, das wär's halt der Hammer, ne? Alter, das dauert ja ewig, bis ich da hinten bin. Alter, das sieht voll nah aus, wenn du draußen bist. So. Und hier beginnt das neue Spiel. Stranded Steve. Genau. Wieso ist hier nichts? Ich dachte vielleicht, dass man hier was aufspringen kann. Hm. Mann, 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 Mann. Wieso ist denn hier gar nichts? Erstmal paar Beeren, damit ich auch wieder Energie hab. Der Magen ist wieder leer, Halbbeer. So. Meine Güte. Da wär noch ne andere Insel, da hätte auch nichts sein. Ja, das ist nix. Das ist... Ich dachte, weil's von Weitem so ausgesehen, als wär das ein Huckel, den man aufspringen kann. Dachte ich deswegen nicht hierher. Ich... 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 Einfach... Ich schau einfach mal... Mal... Sonst ärgere ich mich, falls ich so vielleicht auch irgendwas überstehe. Nö. Ach, je. Die Feder fliegen so schnell weg. So. In alle Richtungen, da ist man voll am Arsch. Hm. 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 Na gut. Langsam auf nach Hause, würde ich sagen, weil... Naja. Langsam gehen auch mal die Vorräte zum Neigen, zumindest Wasser. Gut, ich hätt noch so das dabei, aber... Boah, ich hab echt Schiss vor Haien, ne? Weil irgendwie in manchen Stellen gab's ja besonders Haie anscheinend. Manche nicht, aber manche schon. Und wenn wir einmal so eine Stelle erwischen, wenn wir beide im Wasser sind, haben wir direkt verloren, ne? Weil ich glaub, da hast du keine Chance mehr. Da kannst du dich nicht mal wehren. Aber ich hab noch nie Haie erwischt, ich hab noch nie Haiflossen gesehen. Vielleicht haben sie doch rausgepatcht, weil ich hab überall tote Haie gesehen. Aber so einen lebendigen Hai hab ich noch nie gesehen. Nee, ich glaub, es gibt immer noch lebendige. Ich hab noch nie einen gesehen. Und Krebs hab ich auch noch nie gesehen. Hab ich Krebs? Ich glaub, in der Nähe von der Yacht sollen Haie sein. Ja, hab ich auch gehört, aber wir waren da ja. Wir sind darüber gespumpt ohne Probleme nichts, also... Naja. 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 Ja, sonst einer Hai ist, kann der andere abhauen. Moxie ist mit nach Hause schleppen. Ja, ich weiß ja nicht, so... Langsamer ist man ja nicht, oder? Ne, man fliegt aber vielleicht Auszahl oder so. Ja. Echt, meinst du? Na gut, weil ab jetzt... ... kennen wir uns ja glaub ich hier wieder aus am Strand, oder? Ja, weil da kommt jetzt dann die Yacht und so. Wollen wir jetzt einfach straight zum Haus zurücklaufen, oder? Hm, ja, können wir machen. Also so ungefähr in dieser Richtung. Ne, rechts. Welches Haus-Symbol ist eigentlich? Ach, scheiß auf die... Wow, nicht schon wieder! Ne! Ich hab' so Pech, ich hab' so Pech. Es ist zum Piepen. Medic... Closes eh mal, Closes. Medizin. Medizin wär' jetzt nicht schlecht für mich, weil ich hab's schon so viel mit Medizin verbraten. Immer für so, ich stürze, oder so. Armbanduhr. Alkohol. Ah, die sind echt viele, Koffer. Kannst... Ja, wir sind hier in der Nähe vom, äh, Flugzeug. Müssen wir, glaub ich, auch gleich wieder sehen, das Flugzeug. Ja, da ist es ja, das Flugzeug. Echt, wo ist das? Ja. Wo bist'n du? Da Flugzeug. Ach, da. Alter, ich hab grad'n Back... Alter, sag's hier. Ich hab' nicht aufgehört zu schlagen, das war's kaputt. Wir haben unser Flugzeug wiedergefunden. Yay, hier hat alles begonnen. Ja, hier hat alles begonnen, und... Wie soll das... Kannst'n Koffel aufmachen? Alle, die zu sind... Ah, jawoll. So, und jetzt müssen wir uns erst mal unsere Location finden, wo wir bauen. So, hier beginnt Staffel 2. Kommt nicht hier eigentlich wieder... Oh Gott. Staffel 2 beginnt jetzt. Äh, Hilfe! Ich pack' hier rum. Ist mir wurscht, ich mach' noch Koffer auf. Ah! Guck' mal! Wie siehst du mich? Oh mein Gott! Ich hab' hier nicht... W-w-w- Ich hab' vorhin da beim Essen jetzt grad... Naja, hat nichts gebracht. Äh, ja, ich glaub' ich hab' jetzt grad'n Problemchen. Nimm die Kack-Uhr mit. Nimm die Uhr mit. Ja, ach... Ah! Was... Ich hab' ne' schwebende Uhr. Ach! Man, kann nicht mehr als 3 Uhren mitnehmen. Wie unlogisch ist das denn? Komm' ich hier denn irgen... Ich komm' hier nicht mal das Boden raus. ist nicht mein problem da muss man ein spiel neu starten ach schmarrn echt jetzt was vielleicht wenn du mich tötest versuch mal irgendwas aufzuheben baumstämme oder so ja ich versuche ja gerade den stein hier aber irgendwie hier die pflanze ich würde da hier noch mal rein deine warnung kam zu spät egal ich renne einfach so durch die map und dann ist alles gut was brauche ich denn jetzt noch das circuit board ding bin echt so blöd mir es zu merken was ich denn für eine bombe brauche ich nicht also ich kann es relativ easy circuit board coins alkohol und hey wie bist du eigentlich wieder rausgekommen ich bin jetzt noch nicht mehr so gut das sieht aus als wäre wenn ich jetzt das ding weg tun denke denkt man ich bin ein vieh ich eigentlich Ah, ich kann aber auch nichts öffnen, hehe, ist blöd. Oh, ich bin wieder da. Gut, gut, gut. Sollen wir es nochmal probieren? Nö, geht nicht. Ja, hier könnte man was bauen, ne? So nach oben oder so. Guck, hier kommen die Eingeborenen nicht rein, ne? Wenn du da so eine Wand ziehst und du bist da drin, ne? Das wäre schon auch geil, also das könnte man dann in der zweiten Staffel vielleicht mal probieren. Könnte man, könnte man, ja. Könnte man alles. Ja, genau. Und ist da vielleicht irgendwie mit nem Baumhaus zum Verbinden oder so? Das wäre nice, ja. Komm schon, ich will, ich will da hoch. Ich schaff das. Ich bin motiviert. Unlogisch ist das denn. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich hab's geschafft. Ja. Bist du im Flugzeug? Nein, nicht im Flugzeug. Ja. Aufm Flugzeug. Ja, bitch. Weil ich hab's mal angeschaut. Jetzt bin ich im Flugzeug. Jawoll. Magic essen. Das ganze Essen ist wieder gespawnt. Wahrscheinlich ein anderes Flugzeug, was hab's blitzig. Weil ich hab's in der ersten Folge, glaub ich, gesehen, dass ich da ganz vergessen hab, mal was aufzuheben. Für die Story. Im Flugzeug, oder wie? Ja, ich glaub ganz hinten. Ne, warte, ich schau da noch mal. Essen. Mann, wie bist du da reingekletscht? Mann, noch mal. Mal versuchen. So, wunderbar. Wie bist du da reingekommen? Ah. Jawoll, jetzt hat er. Genau, ist mir nicht reingekommen. Ja, gut. Ach, da ist noch die Toten. Die hab ich noch gar nicht genau angeschaut. So, so. Die liegt also noch. Alter, wie einfach die Rehe vor mir spawnen. Das ist echt pervers. Fuck. Da ist es. New Passage Manifest. Ja, genau. Das ist da. Das. Jawoll, ich bin glücklich. Ich hab das in meiner... ersten Folge gesehen. Als du es geschnitten hast, oder wie? Ja. Hab ich es angeschaut. Ah, hab ich voll fast vergessen mitzunehmen. Komisch, dass du keine Kommentare machen. Oh, du hast ja gleich was übersehen. Komisch, ne? So. Die ganzen Metz sind voll gut. Und... Gut, gut. Wo bist du denn jetzt eigentlich hin? Hier. Direkt hinterm Flugzeug. Alter. Also noch ne Blume. So. Zwei Minuten haben wir noch. Was machen wir in den zwei Minuten von dieser Folge? Alter. Ich weiß schon gar nicht. Ich sehe schon richtig, wie ich verzweifelt vor diesen Folgen sitze und überlege, wie ich diese Folgen nenne. Der langweiligste Marsch. Der langweiligste Marsch 2. Nein. Ich weiß. Hier wäre auch ein geiler Höhlen-Eingang. Hier sind grad überall Totems. Alter, so viele Totems hier? Hier muss ein Höhlen-Eingang sein. Sollte man denken, ne? Aber irgendwie... Also wenn hier so viele Totems sind... Ja, leck mich aber, sonst sind hier viele Totems. Krass. Oh, sorry. Macht nichts. Hallo. Gebt mir all euren Stoff. Nein, ich hab ein Bein aufgehoben wieder. Ah! Ich nicht, ich hatte... Ah, Mann, wieso ist denn hier überhaupt kein Höhlen- Ah, Mann. Riech an meinem Fuß! Riech an meinem Stinkfuß! Ach komm, ey. Chill doch mal. Hm. Dein Fuß kannst du dir sonst wohin stecken. Also ich wollt grad'n... Speer draufwerfen, na da halt nicht. Werf ich halt auf dich tröpfen. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach zurück, würde ich sagen. Weil ich glaub, hier finden wir nichts mehr. Ja, ich weiß nicht. Hier waren wir nie so richtig, glaub ich. Irgendwie. Das stimmt schon, ey. Hier waren wir nicht. Also hier, wir sind direkt vom Flugzeug an den Strand, an den Strand entlang dort entlang gelaufen. Aber hier auf dieser Fläche kann ich nicht erst sind, dass wir hier jemals waren. So, das hab' ich jetzt voll. Ah, das Fint Berries hab' ich jetzt voll. Na gut. Ich glaub, das sind halt die Giftigener. Ich hab' nicht sehr in Höhlen eingegangen? Nein, doch nicht. Oder doch? Nee, nee, Quatsch. Hab' ich geirrt. Ich dachte, du musst ein Seil. Ich dachte, du musst ein Seil. So, Aloe Vera hab' ich irgendwie die ganze Runde jetzt nicht gefunden. Alter, sind die wie die Pflanzen. Der leckt mich am Arsch. Ja, Aloe Vera findet man echt nicht viel. Also du musst nur echt mal gucken, damit wir mal so Samen bekommen von Aloe Vera. Ja. Hab' ich ja welche gehabt, aber die wachsen halt einmal und das Wort halt. Ja, schade, dass die nicht dauerhaft waren, dass die immer wieder wachsen, ne? Ja. Halt das ein Buch. Wo lässt ihr? Oh, ich glaub nicht. Habe ich einen? Ne. Was ist denn mit der Busch los? Ach, hier ist nur mal so ein Baum. Ach so. Ach, tatsächlich. Den bauen wir gar nicht gesehen. Und da ist die Yacht. Ach, da ist die Yacht. Genau hier waren wir, ne? Von hier aus haben wir die Dinge gesehen, die Yacht gesehen und dann. Ja. Aber es gibt so dreistliche Bäume, ne? Alle so nah beieinander, ne? Ja, es gibt, glaub ich, drei solche, oder vier solche Bäume hab' ich schon gesehen. Vier? Ich glaub nur drei gesehen. Drei oder vier. Guck mal in der Nähe, vielleicht ist hier irgendwas zum aufspringen. Alter, das leckt grad bei mir ein bisschen. Könnt' natürlich sein, ne? Das ist in der Nähe von diesen Bäumen. Ja. Geh mal um den Baum hier so rum. Hm. Vielleicht hier vorne irgendwas? Nein. Aber wir sind wieder Überlänge. 21 Minuten. 22 Minuten jetzt gleich. Oh, 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 oh. Na gut, dann verabschieden wir uns immer ganz kurz. Dann mit dieser schönen... Mit dieser schönen... Diesen schönen Blick auf die Yacht und auf dem Baum. Ja, erste Folge. Das ist doch irgendwie wieder... Nostalgie pur. Ja, schon irgendwie. Danke fürs Zuschauen und... Jo, danke. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.